So meine Freunde, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video. Ich habe in der Morgenpost einen Artikel gefunden, beziehungsweise wurde mir zugespielt, den ich gelesen habe. Und man kann sich da nur wirklich an den Kopf fassen und fragen, ist das ernst gemeint oder ist das Satire? Was darf Satire? Zitat, die Spritpreismisere haben sich die Autofahrer selbst eingebrockt. Das ist ganz klar gekennzeichnet, sieht man hier oben auch im Titel als Meinungsartikel. Okay, aber dass der Autor das offensichtlich ernst meint, kannst du dir nicht mehr vorstellen. Das ist absolut krass. Hier argumentiert er ja noch nachvollziehbar. Hamburg versinkt noch auf Jahrzehnte im Dauerstau. Ja, aber das liegt ja bestimmt nicht in den Spritpreisen, Herr Neuburger. Das liegt eher daran, dass die Stadtplaner es verkommen haben oder verpasst haben, die Stadt so zu planen, auf mehr Menschen auszulegen. Aber gut, hier sagt er weiter hier unten. Klar, wer günstig auf dem Land wohnt und weite Wege pendelt, also nebenbei gesagt, ich wohne nicht günstig hier auf dem Land. Das Land ist mittlerweile genauso teuer wie in der Stadt, habe ich das Gefühl. Das nur nebenbei. Pendelt, den treffen die aktuellen Spritpreise härter als den Großstadtbewohner. Aber auch in Hamburg ist das Jammern bei vielen groß. Ich kann da nur sagen, die da jetzt jammern, sind doch meist selbst schuld. Mit. Zu viele Menschen nutzen für kurze Wege das Auto. Nun sollte man von seinem Bekanntenkreis nicht unbedingt auf die Allgemeinheit schließen. Und jetzt kommt der typische grüne Wähler Bekanntenkreis, dieses Menschen, der diesen Artikel hier verfasst hat. Denn daran sieht man wieder, es wird wieder versuchen zu übertragen, ich kenne drei Leute, die sind so und so, die machen dies und das. Also müssen auch alle so sein. Auch wenn das hier natürlich für, kann man nicht unbedingt auf die Allgemeinheit schließen. Aber wir gehen rein, was er genau argumentiert. Die meisten Leute, die ich kenne und die täglich Autofahren sind schlicht zu faul oder zu bequem. Da ist der Erzieher, der lieber zehn Minuten im Auto sitzt, als zwanzig Minuten auf dem Fahrrad. Als erstes direkt mal dazu, warum sollte mir denn jemand wie er, dieser Autor dieses Artikels, vorschreiben, dass ich lieber zwanzig Minuten am Fahrrad sitze, anstatt zehn Minuten im Auto? Ich habe gedacht, zumindest in der Theorie, wir wären noch so ein freies Land, dass ich mir das frei aussuchen kann. Aber offensichtlich passt dem Autoren das nicht. Und genauso, wie mache ich das, wenn Schnee liegt? Wie mache ich das, wenn es hagelt? Wie mache ich das, wenn es in Strömen regnet? Fahre ich dann mit meinem Lastenrad und habe noch ein Dach über den Kopf oder was? Was sind das für Vorstellungen? Die leitende Angestellte, die täglich im SUV in die Innenstadt fährt, statt mit der S-Bahn. Ja, das ist ja natürlich verachtenswert. Die junge Kollegin, die von einem perfekt mit dem HVV angebundenen Innenstadtviertel rechts der Alster zur Morgenpost nach Ottensee mit dem Auto fährt. Der Vater, der lieber mit dem Wagen die Kinder in die Kita bringt, als mit dem Rad. Sag mal, geht's noch? In welcher Welt lebt dieser Mensch? Ich könnte locker ein Dutzend Fälle aufzählen. Und warum ist vom Fitnessstudio eigentlich immer der Parkplatz voll und innen strampeln die Leute auf Fahrradergometern? Leute, das kannst du dir nicht vorstellen, was hier passiert. Aber es wird noch besser. Keine Sorge, der Artikel wird noch besser. Benzin war in Deutschland viel zu lange zu billig. Also sorry, ich bin jetzt 37, ich habe bald Geburtstag, ich bin jetzt fast 38 Jahre alt. Aber in meinem Leben habe ich noch nie mitbekommen, dass der Sprit hier zu billig war. Im Gegenteil, der war immer so teuer, dass du immer aufpassen musstest, dass du noch genug Geld am Ende des Monats hattest und noch weiter fahren konntest. Also was hier wieder für eine plakative Art und Weise getrieben wird, um zu versuchen, der Autofahrer ist böse, die Autofahrer sind schlecht, die haben sich dasselbe eingebrockt, dass der Spritpreis so hoch ist. Das war doch alles absehbar und so weiter und so fort. Und nebenbei gesagt, Herr Neuburger, wie soll man sich denn eines dieser teuren Lastenfahrräder überhaupt leisten können, wenn man damit dann seine Kinder zur Schule, Kindergarten oder sonst wo hinbringen soll? Also wisst ihr, das ist wieder ein Paradebeispiel dafür. Es wird versucht, das Lebensmodell von diesem Autoren, das mag vielleicht passen, dass der mit dem Lastenrad seine Kinder zur Kita fährt, dass der nicht immer mit dem Auto fährt. Okay, aber warum zur Hölle muss er das so zu versuchen, uns allen irgendwie aufzubürden? Für ihn passt es, also muss es für alle passen. Ich habe diese Bekannten, also sind alle so. Ich finde das ganz schrecklich. Schreibt mir eure Meinung unten rein, abonniert nicht vergessen, bis zum nächsten und ciao. Bis zum nächsten Mal.